Hallo, ich bin Arlind. Ich stelle dir die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer Fachrichtung Metalltechnik beim größten Aluminiumproduzenten Deutschlands vor. In der 9. Klasse habe ich eine Betriebsbesichtigung bei der Trimed gemacht. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich hier beworben habe. Schon im Bewerbungsverfahren habe ich gemerkt, dass hier nicht nur die Noten zählen, sondern der Mensch im Vordergrund steht. Während der Ausbildung erlernst du sowohl in der Ausbildungswerkstatt als auch im Betrieb alles, was du für deinen zukünftigen Beruf kennen musst. Die Hauptaufgaben sind das Einrichten, Bedienen und Überwachen der Produktionsanlagen. Die Aluminiumproduktion läuft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Auch als Azubi kannst du eine Woche auf Schicht mitarbeiten und erleben, was es heißt, nachts zu arbeiten. Eine coole Erfahrung. Für den Berufsalltag und die Prüfungen wird jeder Azubi von unseren Ausbildern und Facharbeitern vor Ort unter anderem durch Werksunterricht unterstützt. Als Azubi hat sich von Anfang an das Gefühl, dazuzugehören. Die Übernahmequote liegt bei der Trimit bei über 90 Prozent. Nach der Ausbildung hat man im Unternehmen sehr gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Azubis haben hier schon viele Wege gemeistert. Nutze auch du deine Chance, denn eine Trimit-Ausbildung macht vieles leichter.